Ja, wir dürfen wieder Moritz begrüßen. Ihr kennt euch ja schon im letzten Vortrag. Jetzt geht es ein bisschen, sage ich mal, auf die tieferen Schichten. Wer von euch hat schon mal ein Check Plug-in selber entwickelt? Sehr, sehr schön, doch eine ganze Menge. Vielleicht, ich hoffe mal, es werden auch noch mehr in Zukunft werden. Wir haben uns ein paar Gedanken darüber gemacht, wie die Art, wie man Checks programmiert. Und wie da mal fit gemacht wird für die Zukunft, nachdem die jetzige API ungefähr zehn Jahre Bestand hat. Es sind doch etliche Ideen entstanden, wie man das verbessern kann in jeglicher Hinsicht. Und das wird euch jetzt Moritz vorstellen, was wir da so planen. Genau. Ich wurde gestern gefragt, erzählst du jetzt wieder, wie schön es sein könnte, wenn es nicht wäre, wie es ist? Ja. Okay, also wir schauen uns mal an, was wir so vorhaben. Ich möchte erst ein bisschen was erzählen, wofür wir die Check-API brauchen oder warum wir sie updaten müssen. Dann schauen wir uns ein bisschen an, was so die Prinzipien sein werden, wie das funktionieren soll. Ein paar Beispiele und dann so die nächsten Schritte. Okay, schauen wir uns mal ein einfaches Check Plug-in an, wie es jetzt so da ist. Also so sieht die Datei aus. Geht direkt einfach los. Schon mal mit Inventory. Inventory. Das ist vielleicht schon, ihr solltet eigentlich jetzt schon direkt verwirrt sein, weil Checks werden discovered und nicht inventarisiert. Da haben sich die Namen ein bisschen geändert, deswegen ist das da inkonsistent. Schauen wir weiter. Okay, eine Check-Funktion, da können wir jetzt mal hoffen, dass ihr das tut, was ihr verspricht. Dann taucht hier unten so ein Dictionary auf magische Art und Weise auf. Also erst mal ist diese ganze Datei, so wie sie da steht, ja gar kein gültiges Python-Programm, weil irgendwie auf eine magische Art und Weise diese Check-Info da auftaucht, die jetzt hier befüllt wird. Ja gut. Diese Lambda-Konstruktion ist jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Sache, insbesondere wenn sie nicht dokumentiert ist und man auch nicht weiß, was diese OID-Funktion eigentlich jetzt irgendwie macht oder nicht. Also wer arbeitet gerne mit Lambda-Konstruktionen? Vier, fünf, ach ne Simon, okay. Also es ist nicht jedermanns Sache, denke ich, zeigt sich uns, insbesondere wenn sie dann noch Funktionen als Argument übergegen kriegen. Also das ist alles irgendwie ein bisschen verschachtelt. Dann schauen wir uns mal da oben ein bisschen rein. Okay, irgendwie scheint irgendwas die Länge vier haben zu müssen. Dann fragt man sich, wieso, muss man dann ganz am anderen Ende der Datei gucken, weil hier diese vier OIDs abgeholt werden. Naja gut. Was gibt die Funktion zurück? Eine Liste von Tupeln. Das erste Element von dem Tupel ist none. Natürlich nicht, weil da nichts inventarisiert werden soll oder discovered, sondern weil das Item in dem Fall none ist. Also immer wenn es nur ein Item gibt, dann braucht man ja keinen speziellen Key oder sowas, also nehmen wir none. Dieses none ist ein ganz anderes none. Das zeigt nämlich an, dass ich keine Parameter bei der Discovery entdeckt habe. Okay, der Teil ist klar, oder? Wir haben hier ein bisschen Redundanz, da wird wieder geprüft, dass ich nur vier Elemente habe. Returnwert 3, da denke ich, werden jetzt die meisten schon eine Ahnung haben, was es sein könnte, aber man muss eben auch irgendwie eine Ahnung haben. Also sehen tut man es nicht. Hier haben wir null. Ist das besser? Ist das schlechter? Wer weiß. Hier wird noch eine ganze Menge Output generiert. Das wird irgendwie so ein bisschen umsortiert. Aber auch die Tatsache, dass es Output ist, also dass es Text-Output ist von dem Service, das muss man schon wissen. Das ist nicht unbedingt ersichtlich. Das Kernproblem ist, wenn man 30 Plugins hat, dann kriegt man die alle zwei Tage zu Gesicht, kennt sich aus und kann auch, wenn die Check-AP vielleicht nicht ideal ist, kommt man damit gut zurecht. 30 Plugins ist eine überblickbare Menge. Jetzt haben wir aber nicht mehr 30 Plugins, sondern mehr als 50 Mal so viele und das sind nur die, die wir standardmäßig mit ausliefern. Und da gerät dann diese API eben an ihre Grenzen und da müssen wir jetzt mal dringend was ändern. Die konkreten Probleme, die wir jetzt haben, sind, es ist nicht ganz klar aufgeteilt oder es ist nicht unbedingt ersichtlich. Was genau soll jetzt diese Parse-Funktion machen, die wir vorhin nicht gesehen haben, weil es nicht immer eine gibt? Was soll die Discovery-Funktion machen, was soll die Check-Funktion machen? Es gibt eben immer wieder Muster, die wiederkehren, weil man eben ganz viele Arten von Operationen einfach in jedem Check hat. Man hat irgendeinen Wert, man hat irgendwelche Schwellen, das soll verglichen werden. Da haben wir sehr viel redundanten Code. Es ist auch, wenn man, hat man an dieser Check-Info-Variable gesehen, wenn man sich den Code anschaut, ist es überhaupt nicht klar, was ist eigentlich zur Laufzeit, wenn dieser Code dann ausgeführt wird, eine definierte Variable, was nicht, was ist included, welche Python-Module kann ich verwenden, welche nicht. Das muss man alles irgendwie wissen, weil man es eben nicht einfach sieht, weil eben viele Dinge implizit passieren. Und in Kombination natürlich, dass die Dokumentation mangelhaft ist, das habe ich jetzt auch die letzten beiden Tage schon mehrfach gehört von verschiedenen Leuten, das wissen wir auch und das wird sich auch ändern. Da leiden wir selber auch drunter. Das Ergebnis von dieser Situation ist eben, es ist überhaupt nicht einfach, überhaupt mal so einen Check zu lesen. Und eigentlich ja gerade eine der Stärken von Python kann ja sein, dass man, wenn man den Code eben entsprechend schreiben kann, dass man eine Datei öffnet und man liest sie durch und man weiß, was passiert, weil Python eben eigentlich relativ klar sein kann, wenn man darauf achtet, dass man das so schreibt. Man kann eigentlich über die Check-Entwicklung am besten lernen, indem man einfach Checks liest. Das Problem ist aber, man weiß ja nicht, ob man gerade einen guten oder einen schlechten erwischt hat. Und deswegen werden die dann halt tendenziell auch eher schlechter. Und das ist irgendwie natürlich nicht wünschenswert. Und außerdem macht man halt dadurch viele Fehler und es dauert auch sehr lange und das ist halt für alle Beteiligten frustrierend. Das kann ich auch als Entwickler, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, das heißt, ich habe diese Lernkurve jetzt auch durchmachen müssen. Also ich kann das alles bestätigen. Okay, wie kommen wir da raus? Das große Ziel ist, dass die Check-Plugins in Zukunft eigenständige Python-Module sein sollen. Das heißt, da orientiert man sich an den Best Practices. Das hat eine ganze Menge Vorteile. Und das Gleiche soll gelten für die API. Das soll eben auch ein ordentliches Python-Modul sein und zwar so, dass man es versioniert importieren kann. Dass ich also auf den ersten Blick sehe, in welchem Stand bin ich hier und worauf kann ich mich verlassen. Und diese Version der API ändert sich eben dann auch nicht mehr. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ich jetzt eben das Beispiel von vorhin in meinem Editor öffne, dann kreidet der mir hier alle möglichen Dinge an, vor denen er mich warnen will, zu Recht. Das liegt aber eben daran, dass zum Beispiel diese Check-Info nicht definiert ist. Wird sie zur Laufzeit dann sein? Das wissen aber eben die Tools nicht, weil es eben kein Standard-Python-Modul ist, und dann fallen eben viele Tools, die einem eigentlich sehr helfen können, Fehler zu vermeiden, Standards einzuhalten, eben auf die Nase. Und wenn man so viele Falsch-Positiv-Meldungen hat, dann hört man halt irgendwann auf, darauf zu achten. Und dann macht man halt echte Fehler. Und wir stellen uns das ein bisschen mehr so vor, dass es so in diese Richtung geht, wo man also oben direkt kann man lesen, welche Check-API importiert wird, welche Version das ist, welche Feature von dieser API ich benutzen möchte. Dann sehe ich, es wird eine Sektion definiert, also die Trennung zwischen Sektion und Check-Teil soll auch sauberer werden. Man kann generell sprechendere Namen anwenden und es wird alles in allem ein bisschen kürzer, sieht man ja. Bei dem Beispiel wird es länger. Das liegt daran, dass eben der Check an sich halt sowieso schon sehr, sehr kurz ist und deswegen ist der Overhead halt da ein bisschen da. Aber für komplexe Checks wird das alles sehr viel aufgeräumter und ordentlicher aussehen. Dann hätte es aber nicht auf eine Seite gepasst. So könnt ihr es lesen. Auf dem Weg dahin müssen wir auf einige Dinge achten. Wir müssen selbstverständlich der alte API noch eine ganze Weile supporten, auch wenn es weh tut, aber da findet sich kein Weg dran vorbei. Wir wollen die Transition ordentlich dokumentieren. Der jetzige Zustand mit der Dokumentation ist eben unbefriedigend, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, jetzt was zu dokumentieren, wo wir fleißig daran arbeiten, das möglichst schnell abzulösen. Also die Reihenfolge wird sein, neue Check-API, die dann ordentlich dokumentiert ist, nicht jetzt noch eine Doku für die alte. Das macht keinen Sinn. Dann müssen wir natürlich die Migration selbst durchführen. Das wird erstens wahnsinnig viel Arbeit, weil wie schon erwähnt, das sind halt 1700 Check-Plugins. Das wird sicher eine Weile dauern und wir müssen in der Zeit uns gut überlegen, wie wir mit der Situation umgehen, dass man eben alte und neue hat, vielleicht von dem gleichen Check. Viele von euch haben ja auch lokale Versionen, die aus irgendwelchen Gründen angepasst sind. Auch da müssen wir natürlich darauf achten, dass die sich nicht ins Gehege kommen und dass wir da eine saubere Transition hinkriegen. Gut, dann möchte ich jetzt mal so ein paar konkrete Beispiele nennen. Ein paar Sachen können wir jetzt schon so langsam einführen. Andere Sachen planen wir noch strategisch. Jetzt schauen wir uns mal an. Also zum Beispiel diese Funktion to unpack parse data. Die gibt es jetzt seit der P12, ist die schon ganz heimlich da reingewandert, weil wir sie für die ganzen Cloud-Agents und so stark verwendet haben. Und dann war es einfacher, die rück zu portieren, als das überall entsprechend anzupassen. Und was man hier ganz oft sieht, ist, wir haben irgendwelche geparsten Daten, die sind ganz oft wie ein Dictionary aufgeteilt. Also ich habe irgendeinen Service, der hat meinetwegen zehn verschiedene Items discovered und ich habe zu jedem von diesen Items irgendwie einen Datensatz und die sind in dieser Parse-Funktion drin. Und das allererste, was ich immer mache, ich nehme das Item, ich schaue in das Dictionary, ich schaue, ob die Daten da sind, ich ziehe sie raus und ich behandle den Fall ordentlich, dass diese Daten halt nicht drin sind. Und das kann man jetzt eben mit diesem Decorator einfach in einer Zeile machen. Wenn wir diesen Mechanismus mal ändern sollten, dann müssen wir das nur an einer Stelle machen und es ist kürzer und leserlicher und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Dann wollen wir für viele Werte gerne ordentliche Objekte haben. Jetzt benutzen wir oft einfach nur Integer, also das heißt, wir haben so eine Situation, wir haben irgendeinen Raw-Value, der kommt halt vom Agent-Output und dann machen wir da ein Integer draus, was hoffentlich gut geht. Und wenn ich den dann später zum Beispiel printen möchte, dann muss ich halt wissen, was ist denn das überhaupt für ein Wert, wie muss ich den rendern, damit der User das irgendwie ordentlich lesen kann. Das heißt, hoffentlich weiß ich dann eben noch, sind es Byte, also gerade bei Byte und Prozent ist immer die Frage, also ich meine, ob es Byte oder Sekunden sind, das sollte ich aus dem Kontext noch irgendwie wissen, aber ob es ein absoluter Wert ist oder ein Prozentwert kann man natürlich rausfinden, aber ist halt mühsam. Und schöner wäre ja, wenn man ein Objekt hat, das einfach eine Methode hat, das ordentlich weiß, wie es sich rendern muss und ich muss mich nicht darum kümmern, sondern kann einfach diese Objekte durch die Gegend reichen und wenn sie halt irgendwo gerendert werden müssen, dann werden sie eben ordentlich gerendert. Da will ich mich nicht darum kümmern mehr müssen. Das ist so ein Nice-to-have. Wichtiger wäre schon, wenn ich zum Beispiel Einheiten in verschiedenen Units habe, das sind auch so Arten von Fehlern, die schon durchaus mal vorgekommen sein sollen, dass ich eben zwei Werte habe in verschiedenen Einheiten, aber Python sieht ja nur Integer und wenn ich die jetzt addiere, dann wird Python die fröhlich addieren und es kommt natürlich irgendein Quatsch raus. Was ich eigentlich möchte, ist, wenn ich da die entsprechenden Typen habe, dass Python das eben erkennt, die Addition durchführt, aber eben darauf achtet, dass da ordentlich konvertiert wird und irgendeine sinnvolle Einheit rauskommt. Und auch wichtig, wenn eine Konvertierung überhaupt nicht sinnvoll ist, also ich habe zum Beispiel hier Bytes und eine gewisse Zeitspanne, das sind ja auch beides Integer, ich will die addieren, Python denkt sich, super, addiere ich, weitermachen. Ist natürlich kompletter Quatsch und was ich da eigentlich gerne hätte, ist halt ein Value Error, dass ich eben diese Art von Fehler einfach nicht machen kann. Und da hoffen wir, dass wir irgendwie so eine sinnvolle Menge an Objekten, die man halt oft braucht, also das sind ja im Wesentlichen so die SI-Einheiten, dass man damit halt irgendwie arbeiten kann. Ja, die Check Plugin Returns, das war ja vorhin auch mit dem, ist es ein Text, ist es eine Metrik, ist es ein State? Man weiß es nicht. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das rauszufinden, nämlich das, was an der ersten Stelle steht, hier die Null, ist immer der State. Was an der zweiten Stelle steht, hier Bla, ist immer der Text. Und was an der dritten Stelle steht, sind immer die Metriken. Wenn ich eine Metrik zurückgeben will, muss ich einen State vorher zurückgeben und einen Text vorher zurückgeben, weil das, was an der dritten Stelle steht, die Metrik ist. Aber auch das eben, muss man wissen, kann man nicht lesen. Und sonst schwebt eben eher sowas hier vor, dass man ein schönes Check Result zurückgibt. Jeder sieht sofort, was wird da zurückgegeben. Ist es ein Check Result, das zurückgegeben wird? Was ist der State? Der State ist okay, Output ist Bla, die Metrik ist das. Man kann es einfach lesen, niemand muss es erklärt kriegen. Man schaut rein und man weiß es sofort. Gut, dann die nächsten Schritte. Ja, wie schon erwähnt, die API und die Plugins sollen Module werden. Dafür müssen wir alle Plugins, die da sind, refactoren und umschreiben. Und selbstverständlich werden wir die neu schreiben. Jetzt schreiben wir sie in Python 3. Gut, es gibt schon Fragen. Ja, Union. As a guy that worked with the API, the old one, I first thank you for the move to this new system. But also, I felt comfortable learning this, so now I have to work with the proper way, but okay. I have a question also about the check parameters. Have you got some more documentation on that? Because, you know, right now what I do is I look at the check parameters that the file, right, with all the checks, these big dictionaries, you know, Python, in diesen BigObjects, to configure the rulesets and all. And I think that's also a part of the checks in a way, where they interact with each other. So you want to change that also, or you will keep it like objects in a file that are read this way? We are thinking about it right now. One issue is that the regular Python objects are mutable, and that's not really what you want. And we may replace it with some kind of object that is immutable, because you don't want the check plugin to change the parameters. Right now that could happen. May I ask another one? Do you have any plan for the lifecycle of the API, something like API versions, where you maintain, I don't know, two versions, and then you drop the old, and then you continue with some API management? No, we want to get it right. Okay. So that it's as long as possible. Okay. We wouldn't change it just for fun, or for some minor feature. This is really intended to be long-term. Okay. But you never know what problems may or may not occur. So the very important thing for us is that we have a versioning, and the version will stay as it is. So if you have a working check using the V1 API, then that will not vanish. Okay. And last one maybe. Sorry. Last one is just about the tool to support this API. Can we have some sphinx, or easy documentation tool, where you have all the types and the returns and all that documented somewhere? Yes. We will provide that. We just don't know what exactly we will do right now. It depends a little bit on how the API will be written, or maybe some sphinx documentation or another approach. We don't know yet. Thanks a lot. But we are aware of the API is basically useless if it's not well documented. Thank you. Hello. Also es wäre schön, wenn da irgendwas vorgesehen wäre, dass man Debug-Ausgaben hat, dass die auch irgendwie vernünftig gehandelt werden. Vielleicht nicht nur in der Kommandozeile, sondern auch über die GUI abfragbar. Das wäre echt klasse. Nehme ich zur Kenntnis. Danke, ja. Ihr bietet ja Schulungen an, wie man für CheckMK Erweiterungen schreibt. Wenn das jetzt alles umgekrempelt wird und ich bin jetzt zum Beispiel in drei Monaten oder sowas auf einer Schulung, dann wird ja da wahrscheinlich noch das Alte gelehrt. Das wird ja nicht so viel Sinn machen. Also ich weiß nicht, wie weit ihr da jetzt in der Entwicklung seid, aber ich würde nur wissen, wie da der Plan ist. Also selbstverständlich soll es dann auch Schulungen geben. Ich glaube nicht, dass jetzt eine Schulung zu besuchen sinnlos wäre, weil es gibt ja auch viele Best Practices, die jetzt, sag ich mal, es ist ja zu einem gewissen Grad auch die äußere Form. Wie man das jetzt zum Beispiel eben, wie man es genau aufteilt. Wenn du deinen Code gut geschrieben hast und am Ende kommt raus, naja, du musst es jetzt ein bisschen anders aufteilen, dann ist das relativ wenig Arbeit. Und ich denke, du hast auf jeden Fall was davon. Also du kannst es jetzt schon üben. Es ist eben in manchen Punkten halt einfach ein Schmerz. Vielleicht freust du dich dann umso mehr. Nein, also ich denke nicht. Das wird dann sicher ein kleiner Umstieg sein. Aber ich denke, du stehst auf jeden Fall besser da, als wenn du es gar nicht gemacht hättest. Man muss auch sagen, die alte API wird sicherlich noch so ein paar Jahrzehnte supported werden. Weil bis wir alle wahrscheinlich weit über 2000 existierenden Checkplugins migriert sind, wäre es eigentlich ziemlich schade, wenn man die alte vorschnell abschaltet. Also es ist nicht so ganz die große Eile, glaube ich, dass man jetzt ganz hektisch alles umstellen muss. Meine Frage ist auch zur Entwicklung von neuen Checks. Mein erster Ansatz war, ich mache mir irgendwo ein Git Repository, hau da ein bisschen meinen Python rein und am Ende kriege ich über einen Aufruf in der MKP-Datei zurück. Aber die Realität ist bislang, glaube ich, ein bisschen anders. Die Frage ist, habt ihr in die Richtung weiter gedacht, dass also ins CMK-Tool ein Skeleton erzeugt wird, also dass er mir ein Verzeichnis füllt mit sinnvollen Daten und dass ich halt dann am Ende dieses Verzeichnis umwandeln kann in eine MKP-Datei. Ich glaube, konkrete Pläne, diesen MKP-Mechanismus zu ändern, gibt es jetzt derzeit nicht, oder? Du weißt doch schon, dass du MKPs auch mit Varto erzeugen kannst? Das ist aber nicht mein Ansatz gewesen, sondern ich wollte halt eigentlich von Anfang an in einem Repository arbeiten. Ach so, ja gut, das ist... Also da standen wir auch schon manchmal vor der Frage. Also schön wäre gerade, wenn du entwickelst irgendein Feature und das soll dann irgendwann in den Master kommen und der Kunde will aber auch ein MKP, dann hätte ich halt eigentlich gerne ein Tool, das halt einfach direkt aus dem Branch des MKP baut. Das ist aber alles andere als einfach und deswegen gibt es das nicht. Ich habe sowas gebaut, ich stand vor dem gleichen Problem. In meinem GitHub-Repository gibt es einen MKP-Packer, der kann aus dem Skeleton einen MKP packen. Du kannst mich fragen, wo der Link ist. Habt ihr euch? Ja? Okay. Es sprach gerade Bastian Kuhn. Falls er einen Namen braucht dazu. Pause. Gut, dann gibt es jetzt die letzte Pause und danach geht es dann zur Roadmap. Yeah. Applaus Ja. 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 Ja.